ja ein thema wo ich heute ich hoffe ich zu gefragt werde ist das mit mangelndem interesse und bindungsvermeidung bindungsangst also für diejenigen die das noch nicht gehört haben habt ihr x videos zugemacht dass ja sich für denjenigen der jemand datet dass sich für den also bindungsangst und mangels interesse eigentlich kaum unterscheiden lässt warum wenn wir so eine bindungsvermeidung haben mauern bildungsangst also diesen ganzen bereich von diesem wenn dieser bindungsvermeidende beziehungsstil aktiv ist sagen wir mal damit dieses ganze kontakt bindungsprogramm wird runtergefahren so ne also wir haben so ein biologisches programm in uns mal wir sind herden tiere wir kommen völlig hilflos auf die welt und so weiter für für bindung und ja das hat eben auch eine starke biologische also das ist eine starke also ist biologisch verankert auch und das wird eben hochgefahren und runtergefahren je nachdem und wenn ich halt gerade in so einem oder auch dauerhaft in so einem bindungsvermeidenden schien unterwegs bin dann fahre ich mein system runter wie fühlt sich das an wie mangelndes interesse so ne weil man fühlt sich einfach nicht richtig ist nicht richtig verliebt und ja oder beziehungsweise es zeigt sich auch häufig auch so eine ambivalenz jetzt werdet ihr vielleicht sagen ja aber am anfang war mein bindungsängstler komplett verliebt ja ja weil da noch keine bindungsthemen das dauert ja immer 100 tage 200 tage sage ich immer bis diese theme überhaupt so richtig aktiv werden und ja natürlich kann dann davor jemand auch verliebt sein und bis dann läuft es ja auch läuft halt neben nicht mehr wenn man eben nicht mehr so verliebt ist und diesen übergang die hinkriegt in eine ruhige normale das heißt normal normal gibt es ja scheinbar nicht aber eine ruhige sichere beziehung dann treten halt diese probleme auf aber wie sieht das denn für den jenigen aus der das empfindet also wenn ich jetzt selber denke ich hätte thema eine bildungsangst kann ich das dann unterscheiden ob ich jetzt mangelndes interesse habe ob ich gerade so bindungsvermeidenden unterwegs bin und das ist schwierig aber es ist übrigens genauso schwierig wie bei verlustangst weil bei verlustangst fährt dein bindungssystem hoch das heißt du findest die leute interessanter als sie für dich eigentlich sind also das ist eigentlich bei verlustangst genau das gleiche nur andersrum so ne so crazy dass auch immer ist also da vertust du dich eigentlich genauso da überschätzt du jemanden und bei bindungsvermeidung unterschätzt du jemanden ja wie kann man es unterscheiden und erst mal natürlich kannst du gucken habe ich da ein muster dass ich zum beispiel immer nach 100 tagen 200 das interesse verliere spricht einiges dafür dass es eben nicht nur einfach mangels interesse war sondern eher bindungsvermeidung so du kannst auch gucken wen date ich da jetzt ist das eigentlich mein beuteschema ist das eigentlich nettes mittel netter typ passt das eigentlich sind wir eigentlich kompatibel findest du eigentlich hot und was weiß ich und wenn eigentlich alles passt und man beziehung sucht und trotzdem fühlst du nicht so richtig dann spricht jetzt wiederum eher was dafür dass es vielleicht eine bindungsvermeidung ist wenn ich aber wenn das schon ein kompromiss eines kompromisses eines kompromisses war und ich date jemanden nur weiß ich nicht weil ich die leute nicht attraktiv finde war immer toxisch weil ich weiß nicht was und eigentlich fühle ich sowieso nicht so richtig eigentlich ist auch nicht richtig mein typ ja dann ist es vielleicht eher manches interesse aber das ist ein ganz schmaler steg und wenn du dich da mehr für interessiert dann kommen wir auch auf dieses thema passive bindungsangst dass ich meiner ansicht nach für eigentlich die meisten auf meinem kanal führen super wichtiges thema halt und meiner ansicht nach haben viele mit passiver bindungsangst zu tun die hier sind wo weiß ich noch mal kann ich auch noch mal verlinken auf den neuen kurs passive bindungsangst genau gibt ja auch grad aber nicht nur für den kurs für alle kurse seit drei worten endlich mal wieder einen coupon code rabatt code auf jeden fall nennen soll also mit valentinstag 20 kannst du dir schön gönnen also bis zum valentinstag meine kurse mit dem entsprechenden code einfach einer auf abwicklung angeben dann lupt das ganze viel spaß damit und wir sehen uns bald wieder